...aktiviert. Verdammt! Das muss doch irgendwie... ...kreatische Bedrohung identifiziert. Einsatzziel aktualisiert. Taktische Optionen verfügbar. Das muss doch irgendwie zu schaffen sein. So. So, na also. Geht doch. Das war da jetzt so schwer dran. Oh, Moment. Hoppla. Ziel hat Fahrzeug verlassen. Ich wiederhole. Hat Fahrzeug verlassen. Yep. Also mal hier so ein bisschen... ...Nachschub. So, du le. Mamma mia. Hier ist was los. So, der raucht auch schon. Viel weiter als bisher kann ich sowieso nicht fahren. So, dann sollten wir das dann endlich mal geschafft haben. Ey. Unglaublich. Oh, das ist dunkel. So. Wunderbar. Prophet, hören Sie. Ich habe Mist gebaut. Sie müssen mir helfen. Ich bin unterwegs zu einem Apartment, das eine alte Freundin mir vermietet hat. Es ist nicht weit. Wir treffen uns dort. Aber ich... Aber ich... Die Adresse ist in meiner Datenbank im Labor. Oh Mann. Sie ist in dem Terminal auf meinem Schreibtisch. Wenn Sie die Zugangscodes knacken, sind wir geliefert. Sie müssen da rein und den Computer zerstören. Beheilung. Sie müssen da rein. Sie müssen da rein, bevor Sie was finden. Sie müssen da rein, bevor Sie was finden. Ich zähle auf Sie, Mann. Infiltriere das Lagerhaus. Zerstöre Hinweise auf Ghouls Aufenthaltsort. Taktische Optionen verfügbar. Okay. Ach, ich wusste gar nicht, dass man die Feinde markieren kann. Sind da noch irgendwo welche? Nein. Ah, da ist einer. So. Den... Den hier unten sollten wir eigentlich... So erledigen können. Hat keiner gemerkt. So. Oh. Ups. Da war ich doch kurz sichtbar. Das geht natürlich nicht. Gegen... Was ist das denn? Hallöchen. Oh, ein Snipergewehr. Ein richtiges, ein echtes. Juhu. Geil. Na komm. Bam. Das finde ich jetzt cool. Ach, verdammt. なので, zeit was ist es. Hast du? Tarn-Fed aktiviert. Tarn-Fed aktiviert. Tarn-Fed aktiviert. Tarn-Fed aktiviert. sehr schön hoch nur noch zwei kugeln ok für wen für wen für wen brauch so was haben wir hier nichts da holen wir uns hier die hier wieder nein wo ist die andere ich war kurz sichtbar kriegen wir die einzeln merkt dass einer die die So, kann man hier irgendwas machen? Oh! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. so wo muss ich überhaupt hin da ist mein ziel Und wo schießt denn da einer? Ach da. Oh man. Granate? Ah verdammt. Das war jetzt natürlich nicht so doll. Fuck. Dann versuchen wir es mal auf die leise Tour. Vielleicht können wir ja damit mehr bezwecken. Moment. Wenn ich da jetzt runter hüpfe bin ich kaputt. Das wollen wir nicht. Ja. Also schauen wir mal. Das war unbemerkt bleiben. Wups. Und wups. So. Brauchen wir. Brauchen wir. Granaten. Haben wir. Nachladen. Fernkampf-Scar. Fernkampf-Scar gegen Fernkampf-Scar. Ja. Okay. Gut. So. Ähm. Ach Mist. Es ist meine Energie niedrig. Ähhhh. Keiner hat's gesehen. Wunderbar. Oh guck mal das geht sogar sehr viel besser als wenn ich da irgendwo drauf baller und tausend Millionen Gegner kommen. Das hab ich ja schon im ersten. Das hab ich ja schon im ersten. Merken die das wenn ich hier durch Wasser laufe? Wäre irgendwie sinnvoll. So. Da steht einer. Wenn ich den weg mache. Merkt das einer. Oder auch nicht. So. Da ist noch einer. Nö. Merkt keiner. Find ich gut. Defensivstellung. Er kommt hier entlang. An alle Einheiten. Sichtung von Puppet bestätigt. Er ist am Pier. Machen die den mitgarten. Was? Woher wollen die das wissen? Mann. Puppet abgibt. Nö. Gebiet gesichert. Tarnfeld aktiviert.